Wie hält man das durch? Du musst dich entscheiden. Und du schmeißt alles hin. Oder du sagst, okay, jetzt erst recht. Ich glaub nicht, dass ich's kann. Ich weiß, dass du das kannst. Ich einfach sagen, ich möchte Lyon werden. Das in der nächsten paar Minuten der Folge. Ich schnal wurde übrigens auch descendants geschaut.